Hallo zusammen, liebe Weltbild-Familie! Ich habe etwas für euch! Exklusiv bei Weltbild gibt es den 2019er Kalender von Traufer. Es gibt zwölf schöne Sujets für zu Hause an die Küche zu nageln. Den könnt ihr jetzt holen, den könnt ihr vorbestellen bei Weltbild. Zu Hause, ich bin stolz, das Buch, Marc Traufer, David der Kühe. Das ist meine Familiengeschichte drin, meine Geschichte als Unternehmer und Geschichte als Musiker. Ganz viele Bilder, viele Geschichten, die ihr garantiert noch nicht kennt. Jetzt vorbestellen bei Weltbild. Und was es auch noch gibt, ist Tenzian Edition von meinem Album Schnuff, Schnaps und Edelweiss. Es gibt eine zweite CD dazu mit zehn brandneu aufgenommenen Songs. Das sind zehn Songs von Airbag. Ich habe mit meiner Traufer-Band eingespielt. Auch das könnt ihr jetzt vorbestellen. Und es gibt noch einen drauf. Bei Weltbild gibt es nämlich jetzt, zweimal zwei Tickets zu gewinnen für das Hallenstadion. Und es sind garantiert von den letzten Tickets. Viel Glück, bis dann.